Jo, da sage ich dann herzlich willkommen zur Gemeinschaftsausfahrt, zur letzten gemeinsamen Ausfahrt der Waldviertler Motorradfreunde. Hier aus Gmünd, im schönen Waldviertel, heute geht's nach Maria Tafel, Ips, also die Wachau. Jo, mal schauen, viel Spass beim Video! Wachau! 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 Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Wenn jetzt so langsam diese Ausfahrt vorbei ist, wir sind jetzt in Altweiterer gemeinsam gewöhnt, möchte ich mich herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Besonderen Dank gilt Martin Matlbinder, der uns heute den Like Wolf gespielt hat, gemacht hat. Es war eine super Strecke, alles dabei, Sonne, ein bisschen Regen. Und auch ein herzlich Dank an alle anderen Altviertler Motorradfreunde, die dabei waren. Es war schön, mit euch wieder einmal eine Runde zu drehen. Und wir werden uns sicherlich in Zukunft noch öfter sehen. Ja, deshalb. Mal danke fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen nach oben, nach unten, wie ihr halt wollt. Aber ganz wichtig abonnieren, nicht vergessen. Und wie immer, schaltet wieder ein. Wenn es heißt, KTM 99 Adventure Time. Okay, also dann. Tschüss. Jetzt. Oh, ich habe mit dem Rhein, man muss ja aufhören. Das ist so ein Scheiß. Das ist so ein Scheiß. Das ist so ein Scheiß. Hohe. Wollen wir uns das mal oder hier beten, ihr weiter. Der ist so ein Scheiß. Doch!